Das 8.com Awareness Portal bietet zahlreiche Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Steigern Sie das Informationssicherheitsbewusstsein in Ihrem Unternehmen. Einfach, flexibel und individuell. Ihre Mitarbeiter erleben hautnah, wo Gefahren lauern und wie sie diese für sich selbst und Ihr Unternehmen verhindern. In szenischen und animierten Videos sehen Sie, worauf es im Kampf gegen Cyberkriminalität ankommt und vertiefen Ihr Wissen in interaktiven Web-based Trainings zur E-Mail-Sicherheit, starken Passwörtern und vielem mehr. Die Benutzer können sich in kurzen Zeiteinheiten mit den Inhalten des Awareness Portals beschäftigen, ohne ihre Arbeitsprozesse signifikant zu unterbrechen. Die Inhalte werden durch die spannende und multimediale Aufbereitung nachhaltig im Bewusstsein Ihrer Mitarbeiter verankert. Das Portal zeigt konkrete Lösungen auf, gibt hilfreiche Tipps und liefert nützliches Hintergrundwissen, um den Lernerfolg zu maximieren. Mit aktuellen Security News informiert das Portal zusätzlich über die neuesten Methoden der Cyberkriminellen. Noch bevor Ihr Unternehmen selbst betroffen ist, wissen Ihre Mitarbeiter, wie sie aktuelle Bedrohungen abwehren können. Das Engagement Ihrer Mitarbeiter kann belohnt werden. Wenn Sie Prüfungen zu einzelnen Themenblöcken abgeschlossen haben, erhalten Sie Zertifikate. Das steigert nicht nur die Motivation. Mit den Zertifikaten lassen sich Lernfortschritte auch schnell und einfach belegen. Zahlreiche Inhalte zur privaten Cybersicherheit sorgen dafür, dass Ihre Mitarbeiter auch in den eigenen vier Wänden, auf privaten Smartphones und Laptops stets auf der Hut vor Cyberkriminellen sind. So etablieren Sie eine Informationssicherheitskultur in Ihrer Organisation und machen Ihre Mitarbeiter zu wachsamen Benutzern digitaler Medien. Mit dem Awareness-Portal von 8.com geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, aktiv einen Teil zur Informationssicherheitskultur in Ihrem Unternehmen beizutragen. Der Mitarbeiter kann sich flexibel und bei freier Zeiteinteilung selbst fortbilden und gegebenenfalls Inhalte, die noch nicht verstanden wurden, wiederholen. Zwei sich ergänzende Vorteile gegenüber einmaligen und festterminierten Schulungsangeboten. Das Awareness-Portal von 8.com WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Vielen Dank.